Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen in einer neuen Folge von TNT mit Team Heatspeed und DaluKard. Und wir spielen heute Camel. Boah, ich bin schon wieder innocent. Wir haben ihn erwischt. Warte, wen hast du erwischt? Hast du schon einen getötet, Peter? Nein, nein, ich hab den nur bei bösen Sachen erwischt. Ja, dann mach den doch. Nein, ich bin abgehauen, Dalu macht mich. Ich häng an dem Eimer fest. Hey Dalu, wieso bist du low? Dalu ist super low, Dalu ist rot. Dalu sagt auch nichts mehr. Dalu zum Abschluss freigegeben, würde ich sagen. Detektiv oder was? Du bist rot und sagst nichts. Ja, was soll ich denn erzählen? Bram besit, Bram besit oben im mittleren Haus. Der hat mich vergiftet. Ich hab nichts getan. Ich hab nichts getan. Klar. Oben im mittleren Haus. Okay. Kam er einmal raus, hat mich vergiftet und ist wieder weg. Du hast gelogen. Blöde Penner. Du wegst nochmal raus, damit ich dich abknallen kann. Ich kann nirgendwo rausgucken, wo ich nicht bin. Dann ist es Peter aber auch, weil der ist auch in dem Haus drin. Okay. Du bist auch in dem Haus drin, Dalu. Warum knallst du Bram dann nicht ab, Peter? Weil ich ihn gar nicht sehe. Du bist auch in dem Haus drin. Jetzt habe ich ihn Bram nämlich abgeknallt. Nice, Peter. Ah. Christian ist der andere. Ich will den frei tot. Wo ist denn Christian? Der ist dann auch im mittleren Haus, ne? Das ist schlecht. Dalu? Nein, das geht nicht. Das ist schlecht. Fuck. What the fucking hell. Fuck! LOL! Der Shot. So ein Mist. Ich musste mich heilen und dieses Korps fressen konnte ich nicht kaufen, weil ich noch die Pitchen in der Hand hatte. Also musste die raus. Holy shit. Das war... Kacke. Dalu, wieso hast du dich nicht gewährt, dass ich dich am Anfang als Trailer bezeichnet habe? Ja, was soll ich denn sagen? Und vor allem... Wie hast du Schaden gekriegt, Dalu? Ja! Genau das würde ich sagen. Ne, stimmt nicht. Ja, wow. Ich bin vom Haus gefallen, am Schaden bekümmert. Ein HP. Dann sag das doch! Ja, damit die Trailer wissen, dass ich ein HP habe, damit ich ihm vorbeilauf der Schock. Ich hab doch gesagt, du bist low. Ja, aber low kann ja auch 45 HP sein. Ja, low ist aber... Wenn der wirklich durchgehend rot ist, dann trinkt man doch normalerweise, oder? Aber das ist halt auch geil, steht einfach wirklich für unsere Mentalität zu. Weißt du, da ist einer runtergeschossen worden, ohne Grund, sagt dann nichts und der ist dann suspicious. Nicht runtergeschossen. Der hat halt Damage bekommen, der könnte ja theoretisch. Ja, das weißt du ja nicht. Einen gekillt haben. Peter! In welchem Haus? Wait, dann ist... Im Gro... Ganz oben im Haus ist Peter in dem Sniperhaus. Dann ist Zip oder Dalu. Wenn Jay den gerade echt verrät, könnte Zip oder Dalu einer der anderen sein. Und Dalu hat sich gerade... Oh, ich muss weg von Dalu. Nein, der fickt! Dalu hat nen Sniper. Wie der fickt dich. Hast du gesagt, Jay? Der hat beide gemacht. Das ist schlecht. Ja, dann geht doch nicht dahin, Christian. Warum verteidigt ihr euch denn? Einer von euch beiden ist Traitor. Du kannst auch Traitor sein. Aber bin ich ja nicht. Ja, ich ja auch nicht. Also bin ich halt wirklich nicht. Selbstmesslich, selbstmesslich, brauch Hilfe. Oh nein, komm, vergib mir den Siegel, Klick. Ich bin in Rot. Noch eins. Was stirbst du nicht? Ich hau ab. Komm, ey. Dalu. Jay, da machst du nix. Wo hast du geschossen? Wenn der die Schruffel hat, wir beide suchen. Du hattest ne M4 wenigstens. Die hatte nur ne Pistole. Ja, davon bin ich den Schuss in den Rücken gekriegt. Du auch. Was willst du denn machen gegen die Schruffel auf die Distanz? Nee, 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 nee. Das war spontan. Ich dachte, ich könnte ein bisschen wegrennen. Also ich hab mir schon gedacht, dass du da rausguckst. Nee, ich bin dann wieder vorbeigelaufen. Und dann hat der auf mich geschossen. Ja, aber ich. Krass. Ja, was willst du denn machen? Wenn der Schruffel hat ja gegen alles andere gegeben. Ja, machst du gar nix. Hahaha, ihr Lutscher. Da hatte er leider die geile Waffe. Wir standen da wie die nackten Kaninchen. Ich dachte, du willst die Dingsgun probieren, Peter. Ja, aber das geht da oben nicht. Dann kannst du die Leute da aus dem Fenster da rausschießen. Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Also meinst du, ich bleibe mal an der Balustrade hängen? Ich musste mich schnell entscheiden. Ich wollte mich da oben erst verbuchen können. Aber da kam Bram direkt am Anfang. Und dann musste ich den schnell töten. Ich wollte dir gar nix böse. Welcher Penner haut hier eigentlich immer die Shotguns runter? Kann ich noch in drei Sekunden runterspringen? Ja. Ich bin tot. Kann ich noch runterspringen? Da unten war ne Sackkasse gewesen und Jay ist mir kurz hinterher gerannt. Was für ne Schrotze. Ja, oder? Ich schieße ja nie als erstes, wenn ich nur bin. Ja, vielleicht bist du es aber. Bram, ich hab zwar nur ne Pistole in der Hand, aber eigentlich hab ich ne richtig fette Knarre. Okay, aber ich hab eigentlich nur wegen Jay geguckt, weil der da auch mit einer Schrotflette stand. Direkt neben dir, falls er eigentlich gemeint hat. Wo ist denn da, Lu? Hast du gerade ne Pistole in der Hand? Nein, eine Schnipperreifel hab ich in der Hand. Lol, ich hab ne Shotgun, what the fuck? Das ist Feder gewesen. Im Keller? Feder, ey, mischt Shotgun mit Melode. Fuck, Dalu! Ja, Melon! Hinten im Auge, im letzten Haus, im Kleinen. Ja, Peter ist der Erste. Lol. Peter? DALU! Hast du DALU gemacht? Nice, Robin. Okay, wer ist der Andere? Christian oder Sepp? Ne, Moment. Guck mal mit, DALU. Wo ist denn Peter? Da. Ja, Jay, hast du gerade Christian gemacht? Nein. Christian dürfte im mittleren Haus sein. Christian? Nein, Christian war bei mir noch. Ich weiß nicht mal, wo du bist. Ah, ist schon mal gut. Okay, dann ist Christian im mittleren Haus, dann ist der da vielleicht. Ich hab keine Ahnung. Ich dachte, Christian wäre im mittleren Haus. Was? Ich weiß es gerade. Oh, was ist denn du? Moment. Komm schon. Nein. Ich bin... Ich seh dich. Gefällt mir nicht. Oh, jetzt. Ist aber okay. Jetzt geh doch mal weg mit dem Tisch. Nee, für mich. Auf zu trollen. Ja, genau. So ist es gut, Peter. Schön hinlegen. Mir gefällt das nicht, dass Christian nichts mehr sagt. Und dich jetzt nicht mehr seh. Ich hab dich noch nicht richtig. Kann ich dich am Arsch halten? Christian, komm! Christian, komm zu dir, Bram! Der ist bei dir drin. Der ist bei dir drin. Der ist bei dir drin. Hinten im Haus. Im Kleinen. Nice! Stör doch nicht, während ich hier mit den Sexspielen machen werde. Christian, hättest du den gekriegt, dann... Ich wollte keine Punkte mehr ausgeben, weil ich dich wiederbeleben wollte. Ja. Ja, du mit der Sniper warst du ja im Nachkampf. Ja, die, die, die in der Ten nicht gefunden habe. Aber danke für den Call. Äh... Kein weiteres Mal. Alles, was du Lämmer, ne? Peterheim. Dalu, was hast du in den letzten Aufnahmen eigentlich mit... damit mich einfach am Anfang wegzurotzen? Hä? Ich war jetzt der erste Mal Traitor gewesen. Das versteh ich auch nicht. Ne, bei dem komischen... Bei der letzten Map hast du das auch einfach gemacht. Ja, aber Moment. Was hab ich da? Was war das? Erklär mir. Da hast du mich einfach mit der Schrotze weggezogen. Oh, oh, oh! Äh, du hast nicht darüber gefunden, dass du den Schottengang gefunden hast. Und ich wollte dir ne Melode dazu reichen. Äh, Lemo... Lemon. Lemon. Ein Lemur. Die wachsen auf den Lemurenbäumen. Ne schöne Lemone, ey. Wer war das? Welcher Arsch war das hier? Hey, Peter. Ich war das hier. Welcher Arsch sitzt hier oben? Ich will doch nur... Bram, 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 bram. Ich will dann nur runter. Nn, Dalu! Ich hab keine Wappe. Oder wollen die mehr als nur spielen. Brauch schütten! Da schießt einer. Wenn detta... Da schießt... Dann ist Seb der andere. Da schießt einer, stimmt! Er ist wirklich der andere! Ja, natürlich. Der hat gar nichts gesagt. Oh, ich hab dachte... Der ist im mittleren Haus. Der hat wirklich den anderen einfach weggeballert Mittleren Haus ist der da mehr so oben oder mehr so mitte? Kann sein, dass der hinten rausgesprungen ist. Nee, ist er nicht Ich hatte keine Chance, ich hatte leider keine Waffe. Bram hat meine weggeballert. Richtig nice überführt, Christian Ja, ich hab gerade versucht, Bram zu retten. Er hat mich mit der Leiche erwischt Und dich nicht revanchieren, ey. Fuck, ey. Ich dachte mir, komm ich laufe an dir vorbei, drücke auf geschwächene Headshot, aber dann bliebst du stehen, irgendwie so eine halbe Sekunde Und dann habe ich vor dich geschossen, das war mies War die weibliche Intuition, die ihn dazu gezwungen hat Einfach mal stehen zu bleiben Und wer ist das? Peter, die Chance hat jetzt Trailer, wäre der ziemlich hoch Ich hab keine Waffe Ist die nicht so hoch wie in jeder Hunde? Nein Oh, Christian, ne Pigeen Scheiße, sag mir nicht, du hast auch ne Schrotze Ich hab auch ne Schrotze Gefällt mir nicht Peter, wo bist denn du? Peter, wenn du jetzt hochkommst, dann weiß ich, dass du Trailer bist Wenn ich jetzt hochkomm, ich bin hier oben Ich hab keine Lemon Fuck you Dalu, du lebst noch Du jetzt nicht so erzählst, da steht er vor mir, der sagt Ne, das ist Christian Nein, das bin ich Christian ist es und Peter dann auch Nein, ich hab Christian gekillt Ich hab Christian gekillt Ich hab Christian gekillt Warum checkt Daniel direkt, wie er von den Beinen auf die Schieße ist? Wow Einer ist hart weggeflogen Wer ist denn tot? Der ist tot Der ist tot, alles klar Ich hab dir gerade alle Oh was ist das denn? Ne, ich hab keine Sniper Ha-ha-ha O 입ht Ja Jay hab ich Dalu auch schon gekillt? Ja Den hab ich auch Trinktrinktrinktrinktrinktrinktrinktrink Chicktrinktrinktrink κ Peter? Um Um Der Semper hat zu lange gedauert Aber? Jetzt schnell wechseln Gut, könnte noch reichen, Peter hat sich doch nicht so sehr beeilt Schnell die Waffe wechseln, Waffe wechseln Komm schon, Sam Komm schon, nein Ja Jawoll Alter, ich hatte gerade keine Waffe Junge, weil ich gerade mitgefiebert habe Ich dachte mir die ganze Zeit auch so Peter, renn durch, bitte, und dann wirst du langsam Oder so Ich dachte so, Peter, komm ich schon mit dir durch Dalu ist doch einfach schlimm, der Junge, weißt du Da sind drei Leute oben, der checkt sofort, wer auf den schießt So ein Mist, ey Ich dachte, ich hatte eigentlich vor, dass ihr erstmal gegenseitig irgendwie so ein bisschen rumballert Nee, der Peter, du hast mich ja mit dem ersten Schuss getroffen Da wusste ich das auch nicht wieder machen Fuck you Da ist Dalu war direkt deeskalierend, Alter Ich dachte aber auch, dass Peter es dann auch ist Weil ich nicht gedacht hätte, dass du schießt, wenn da zwei Leute sind Ich dachte mir halt, weißt du, ihr seid so gerade aufeinander drauf Wenn einer anfängt rumzuballern, dann halt alle direkt schießen Aber dann ballert er nicht so Bei Jay passiert das eher Vor allem, er hat die doch noch Rüstung an Peter ist dann ruhiges Gemüt Ich glaube, zwei oder drei Schuss haben wir gefressen War schon ganz gut War noch keine Rämonstone verfolgt mich Peter ist bei mir, ich habe keine Waffe Haha, ich habe doch dafür geschockt Also ich habe geschockt, dass es keine Shotgun mehr gibt Lauf, lauf! Ey, der schießt auf mich Ja, ich habe zum Glück nicht getroffen Wieso sehe ich da keiner mal mehr da? Da kommt noch jemand Ich wurde vergiftet von Bram Nee, ich wurde nicht vergiftet, wir wurden besniperd Ähm What the fuck? Ich wurde vergiftet von Bram Von Bram Bram läuft gerade nicht zu so Ich denke so, ähm, nein Was bist du eigentlich? Moment Großer Tower Und Peter, Bram und Peter sind ja hier Wer ist denn das dann? Dalu ist bescheiden Da kann man nicht Großer Tower Sepp oder Jay Hier oben ist ein Mo Ich bin da nicht Ich bin im großen Tower jetzt Aber JETZT JETZT Ich bin halt ganz bis nach oben gelaufen Weil ich die ganze Zeit keine Waffe hatte Bram, Bram, Bram Okay Mit meiner geilen Sniper oder was? Ja, die kannst du in dem Oh! Sepp ist gerade aus dem Fenster gesprungen Ja, was ist los? Bram, was ist los? Nee, da unten ist nichts Aber ich wollte gerade wissen, ob Herr Pippelsprung kam Lass mich zumindest gucken gehen Komm schon Ein Doppelsprung kam, weil der gerade mit dem Kopf wieder durch die Oder hat der eine Fake-Leche darunter geschmissen? Das wäre clever Das wäre aber kein Quatsch, oder? Der wäre clever Vielleicht Der war Inno-Send Das war nicht Sam Das kann sein Das könnte sein, dass er eine Fake-Leche runtergeschmissen hat Ey, hier Jay Jay, beim Großturm Der hat mich auf 4 AP geballert Wo ist der? Beim Turm unten, draußen Peter, Alter Du siehst nicht das hinter mir Fickst du mich jetzt? Jeder von euch ist es auch Okay Peter Moment Wieso habe ich jetzt auf Dalu gehört? Ja, das ist doch gut Das ist doch gut Der ist tot Der hat jetzt wieder den Jungen unter der Hand Jay ist doch im Turm Jay ist doch im Turm Ja, Jay ist im Turm Ja, Jay ist im Turm Warum mach ich hier eigentlich? Das ist doch irgendwie, eigentlich hätte ich mich einfach auf Dalu hören sollen Peter, ich bin bei dir Peter, ich bin bei dir Was? Wie, du bist bei mir Wo denn? Ja, ich behelf dir mit der Sniper von ganz hin Ich hab ihn schon einmal getroffen Wo ist der denn? Immer noch hinaus Oh Loll Peter, äh, Bram hat jetzt nicht geholfen Das war nicht bei Christian Der hat schon beleidt Christian Der war der falsche Boah, ne Boah, scheiße Ich hab mich jetzt übermacht getroffen mit der Waffe Ich dachte eigentlich auch nicht, dass die Schaden macht Ich dachte, die schubst dann nur so ein Stück Oh Bram, ey Boah Ja, dann gucken wir mal, was Jay jetzt so macht Oh, low Ach, ja Okay, damit bist du gegen den Sniper denn da, Luca? Der ist, äh, Jay ist heute ein bisschen verwegen Und er hat einfach keine Punkte mehr und muss warten, das kann natürlich auch sein Dann hat der, dann hat Jay mit der Portal Ne, Moment Peter hatte die Portal geschafft Alter Nice, Dalu Boah, da bin ich Da bin ich ein bisschen weit aus dem Fechler gehört Ich dachte, okay Da hat mich Peter leider nicht informiert, dass die auch Schaden macht Das war natürlich Du Penner, ey Hörst einfach auf Dalu und fix mich Das war echt scheiße Dafür hat Dalu auch gewonnen 34 Pünktchen Ja Verdient Ja Jay hat leider nicht gewonnen Von daher Vielen Dank für's Zuschauen Bis zum nächsten Mal Ciao Tschüss Tschüss Das war's Tschüss